Hi, Herbert hier von Fahrtanhänger24. Natürlich haben wir auch die richtig geile Premium-Marke Tutoror Bomson Sortiment. Angefangen hier mit dem Single Trailer in der richtig stylischen Farbe Karibik Grün, damit ihr auch schön auffällt im Gelände, im Straßenverkehr. Das Ding ist jetzt hier schon quasi zusammengefaltet. Es ist richtig leicht. Man kann es mit einer Hand hochheben. Der Ständer ist natürlich verklappbar und das Rad ist hier einfach nur mit einer Push-Achse befestigt. Wie ihr seht, habt ihr hier eine richtig tolle Suntour Radon Federung, die ihr auch entsprechend einstellen könnt. Warum soll es auch eure Kinder unbequemer haben als ihr? Ein wichtiges Feature ist natürlich auch die Kupplung, damit ihr eure Kinder mitnehmen könnt. Das hier ist einmal die Deichsel. Hier könnt ihr einmal sehen, wie ich sie für euch montiere. Ist mit einem Schnellspanner einfach fixiert. Bitte achtet auf einen festen Sitz. Ist einfach zur Sicherheit eurer Kinder und dient der Stabilität des Anhängers. Die Deichsel seht ihr hier vorne. In dem geilen Video von Danny Mac Eskill habt ihr natürlich schon gesehen. Der Fahrtanhänge wird unter dem Sattel montiert und die Kupplung hält natürlich auch einiges aus. Also ihr könnt den Anhänger für euer E-Bike, für euer Fully, Hardtail oder sonstiges problemlos benutzen. Eure Kinder haben es natürlich richtig bequem hier in dem Trailer. Wir haben hier schönes, atmungsaktives Material. Wir haben 5-Punkt-Sicherheitsgurt mit dem genialen Fit-Lock Verriegelungssystem. Ihr könnt die Kinder ganz schnell reinsetzen und wieder auch rausholen. Eure Kinder sind natürlich auch vor herumfliegenden Gegenständen oder sonstiges Geschiss. Vielleicht schlechtes Wetter. Wir haben Fenster an den Seiten. Die Kinder können immer rausgucken. Wir haben hier vorne zusätzlichen Protektorenschutz. Wenn das natürlich nicht fehlen darf, ist das entsprechende Verlebt. Hier haben wir einmal, dass eure Kinder vor herumfliegenden Gegenständen, Projektilen geschützt sind und natürlich auch zusätzlich Regenschutz. Ziemlich einfaches System. Wird halt rechts, links an dem Anhänger installiert und ihr seid sicher unterwegs. Ja, das war es auch erstmal von meiner Seite zu diesem Fahrradanhänger. Wenn ihr Fragen habt zu Tutorau oder anderen Marken, liked, kommentiert, stellt Fragen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.